Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 25. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 876 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. 25 Jahre, TikTok, Zuckerberg, Apple-Aktie, Teams, Chromecast und einen kleinen Gadget-Tipp. Ich beginne gleich mit 25 Jahre. Genauso alt wurde gestern auf den Tag genau Windows 95. Mögt ihr euch noch erinnern an das lustige Betriebssystem mit dem blauen Hintergrund oder eben mit dem Blue Screen? Ja, das waren noch Zeiten. Damals noch auf Disketten zum Installieren und halt das erste wirklich Grafische aus dem Hause Windows. Das lustige Fun-Fact an der Stelle, die Seriennummer, welche man eingeben musste. Die letzten Zahlen mussten durch sieben geteilt werden können, also die Quersumme, die man bilden konnte. Somit haben sich einige Menschen anstelle von einer offiziellen Lizenz gekauft, einfach ein bisschen ausprobiert, um da eine Zahl zusammenzubekommen, deren Quersumme dann durch sieben teilbar war. Habe ich nicht probiert, war aber damals auch nicht nach Windows 95 unterwegs. Mein erstes, wirklich eigenes Windows war noch eine viel grössere Katastrophe. Das war Windows ME, aber das ist eine andere Geschichte. Weiter geht mit ByteDance, genauer gesagt mit TikTok. ByteDance ist ja die Firma im Hintergrund, welche ausserhalb von China TikTok betreibt. Und die haben anscheinend andere Pläne als Trump. Trump möchte ja, dass da zum Beispiel Microsoft, Twitter oder Oracle das Ganze aufkauft und den amerikanischen Markt übernimmt oder je nachdem sogar noch mehr, wenn es zum Beispiel nach Microsoft gehen möchte. ByteDance selber testet ja, ob sie klagen möchten gegen die Geschichte, wie Trump gegen sie vorgehen möchte. Gleichzeitig aber hat man auch die eigenen Investoren ein bisschen an sich gebunden und möchte zum Beispiel, dass General Atlantic oder andere Investoren grössere Anteile kaufen werden und an Microsoft und Oracle vielleicht nur kleinere Anteile ausgegeben werden. Ich bin mal gespannt, wie es das weitergeht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit oder wie gesagt ByteDance hat noch ein bisschen Zeit. Auch gibt es Neuigkeiten laut dem Wall Street Journal, warum Trump überhaupt darauf gekommen ist, dagegen vorzugehen. Zum einen hört man immer wieder, dass er selber angepinkelt sich gefühlt hat, weil eben gewisse Dinge über TikTok organisiert wurden. Da gab es eine lustige Geschichte wie Reden, die er halten sollte, so vor einem Publikum, wo eigentlich 12.000, 13.000 Leute drin Platz hätten und die eigentlich auch ausverkauft waren, aber blöderweise dann die Leute nicht gekommen sind. Das hat dann anscheinend sollen da über TikTok Tickets aufgerufen worden sein, zu mehrfach oder grössen Mengen Tickets zu kaufen und dann nicht gehen. Lustige Geschichte oder auch nicht, da macht man natürlich so einen Trump nicht gerade glücklich. Das Zweite, was jetzt eben das Wall Street Journal sagt, ist, dass Zuckerberg erfolgreich Lobbyarbeit betrieben hat und den jungen Herrn Trump auf die TikTok-Plattform aufmerksam gemacht hat und die jetzt deshalb gesperrt werden sollte. Wenn dem so ist, ist es natürlich ziemlich heftig, weil Zuckerberg profitiert natürlich ganz, ganz stark durch diese Fokussierung auf TikTok. Die Neuigkeiten oder die Skandale um Facebook haben ja deutlich nachgelassen, seit wir alle in Richtung TikTok schauen. Neuigkeiten gibt es auch zu der Apple-Aktie. Nachdem sie in der letzten Woche zum ersten Mal die 2-Billionen-Dollar-Grenze überstiegen hat, gibt es jetzt eine neue Best-Marke, eine einzelne Aktie ist jetzt das erste Mal über 500 Dollar wert. Mehr dazu und ein bisschen Daten und so weiter zu der Aktie könnt ihr nachlesen. Auf daily.giktok.ch habt ihr einen Link dazu mit drin. Da findet ihr auch den Link zu den neuen Funktionen in Microsoft Teams, denn da kann man jetzt schon im Vorab die Audioquelle auswählen oder besser gesagt auspegeln, richtig auspegeln und man kann schon im Vorab den richtigen Hintergrund wählen, damit man das nicht erst während der Sitzung dann tun muss. Was ja grundsätzlich sehr sinnvoll ist und komisch ist, dass es nicht schon vorher der Fall war. Dann unter dem Projektnamen Sabrina, so heisst anscheinend das neue Dongle aus dem Hause Google, ist ja schon länger im Gespräch, dass es nächstes kommen könnte oder das nächste Jahr kommen könnte. Jetzt bei der NFC, wie heisst die, FFFCC aufgetaucht, der europäischen, genau, der amerikanischen Registrierungsbehörde für eben solche neue Gadgets, ist jetzt die Sabrina aufgetaucht, GZRNL, unter dieser Modellnummer ist es zumindest aufgeführt, ein neues Dongle aus dem Hause Google, das die Android-TV und Chromecast-Geschichte vereinen soll. Was da genau alles kommen wird, hat man natürlich noch nicht mitbekommen. Auch Bilder, die sollen erst ab Januar des nächsten Jahres eingeliefert werden. Also es könnte somit bestätigt sein, dass das Gerät erst im nächsten Jahr kommt. Wenn nicht, kommen Sie dann vielleicht doch früher mal schauen. Wir werden es sehen, ist ja bald nächstes Google-Event in den Startlöchern. Und zu guter Letzt habe ich noch an alle, die mit einem Apple-Device, nämlich Apple Watch oder den AirPods von Apple unterwegs sind, und gerne über QR das Ganze aufladen, die sollten sich den Link in den Shownotes anschauen. Da habe ich zwei coole kleine Dongles für eben die Apple Watch und für die AirPods. In der Pro-Version, aber auch in den kleineren, insofern man natürlich dann das Aufladen, also das Wireless-Charging-Case dazu hat. Link tippe wie immer in den Shownotes mit drin. In diesem Sinne, das war es mit den Neuigkeiten, die ich heute am 25. für euch hatte. Euch noch einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Bis bald, euer Bo Gipsi. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!